Tafazwa ist sehr krank, weil er hungern musste. Er verliert schnell an Gewicht. Rot bedeutet, dass er sofort Hilfe braucht. Werden auch Sie jetzt UNICEF-Parte per Telefon unter 0800 100 4103 oder online mit dem Suchwort UNICEF helfen. Ihre monatliche Spende von 10 Euro rettet Leben. Geben Sie Kindern wie Tafazwa die therapeutische Zusatznahrung, die sie zum Überleben brauchen. Spenden Sie jetzt 0800 100 4103 oder online Suchwort UNICEF helfen. Die Kinder brauchen unsere Hilfe. Die Kinder brauchen Sie. Bitte rufen Sie jetzt an.